Hallo liebe Trail-Läuferin, ihr seid ja bekanntlich besonders naturverbunden. Mit dem Essex Fuji Half-Tip stelle ich euch ein Funktionsshirt vor, in welchem wegweisendes Material verwendet wurde. Die Stoffe und Garne bestehen aus Kokona. Diese wird aus Kokosnussschalen gewonnen und dann in einem innovativen Verfahren weiterverarbeitet. Das Material ist also extrem umweltfreundlich und nachhaltig. Das Shirt bietet ein extrem gutes Feuchtigkeitsmanagement mit einer sehr kurzen Trocknungszeit. Somit erhältst du immer ein angenehmes Körpergefühl. Außerdem verfügt es über einen natürlichen und sehr hohen UV-Schutz. Es wirkt gleichzeitig geruchshemmend und regeneriert bei jeder Wäsche. Im Schulterbereich befinden sich zwei Schutzpads, die ein Verrutschen der Rucksackriemen verhindern. Und da man beim Laufen mit Rucksack ja gerade am Rücken besonders schwitzt, wurde hier besonders viel Mesh eingesetzt. Dieses Mesh-Material findest du auch unter den Achseln. Eine zusätzliche Belüftung erhältst du auch durch den Reißverschluss. Hier gibt es auch eine Reißverschlussgarage, um unangenehme Reibung zu verhindern. Stauraum mit Belüftung erhältst du durch die zwei seitlichen Mesh-Taschen. Hier kannst du die wichtigsten Laufutensilien ganz einwandfrei mitnehmen. Ganz egal, ob du im Trail oder auf der Straße unterwegs bist, mit diesem Essex Fuji Half-Zip Laufshirt wirst du einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und aufgrund der vielen funktionellen Eigenschaften ganz viel Spaß beim Laufen haben. Du bekommst es natürlich in deiner Runners Point Filiale oder hier online unter www.runnerspoint.com.